Ich habe diese Collector's Edition von Throne of Glass zerstört. Ich bin eine Künstlerin und wollte den Buchschnitt ein wenig aufpeppen mit einem kleinen Kunstwerk. Es fing eigentlich ganz gut an, indem ich das Buch sicher eingepackt und die Seiten mit einer Zwinge geschlossen habe. Damit aus den einzelnen Seiten ein fester Block wird, worauf ich gut malen konnte. Als Motiv habe ich die Protagonistin Selina Sadorthian gewählt und sie mit Gouache und Buntstifte mit und mit auf die Seite gepackt. Ich war mega zufrieden damit und es sah eingespannt super toll aus. Allerdings habe ich das Buch dann aus der Klemme geholt. Hier meine Live Reaction. Ich habe es falsch herum drauf gemalt. Ja, aber das war noch nicht alles. Die Seiten ließen sich zum Glück relativ gut öffnen. Allerdings ist die Farbe dabei abgeblättert. Oh mein Gott, nein. Mit ein paar Buntstiften habe ich noch versucht, das Ganze zu retten. Aber das war wohl dennoch ein Fail.